Larkin. Der Warptimer und das ist fast für eine Fackel. Einmal kurz abgezogen von Matthias Plachter. Der hat richtig gesessen. Matthias Tourisson allein auf weiter Flur und er macht es dann zum 3 zu 2 mit dem Gamewinner in der Verlängerung. Tourisson wackelt nochmal kurz, guckt Keller aus. Pass! Und was ein Schuss! Chris D'Souza, Totorek, D'Souza, das läuft wie am Schnürchen und der Schuss ist natürlich unter die Latte perfekt. Abgelegt, Wojcac, das ist prima gespielt und das ist ein klasse Tor. Richtig gut, dann Alice und jetzt achten sie, unten Nöbels schon in Position. Die Gäste wieder komplett. Adam, Adam, Tanz, Tor! Was für ein genialer Pass von Schlitzohr Luke Adam. Der bittet erstmal zum Eislauftanz. Adam und umkurvt er die Abwehr inklusive Rohr. Schlitzohr like. O'Connor. Und die Möglichkeit! Nein! Reich gegen Akulazzi! Was für eine Glanzzahl! Höchst akrobatisch! Boah! Das ist ein guter Pass für Mauer. Frank Mauer nochmal abgelegt! Und Führung für München! Philipp Barreka! Das ist absolut Nebkuchenherz Vorbereitung hier von Frank Mauer. Wie gut macht der das hier? O'Connor hat Platz, nochmal rüber, Tor! Der Ausgleich! Was für ein Tor! Die Halle steht Kopf! Casey, Bailey! Und aus diesem Winkel hämmert Bailey die Scheibe und das Dach! Er erhöht den Druck aufs Tor! Jetzt mit viel Platz! Und was ist das denn für einer? Jan Urbaz hat aber sowas von unters Dach gezimmert! Boah! Aus dem Slot! Unters Dach! Brüsselhoff mit einer 2 auf 1 Situation! Mit einer 3 auf 1 Situation! Und dem Tor! Und das ist super gespielt! Der Überblick, den sie da noch hatten! Und Svensson mit dem Blick nochmal für Geidner! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!